ach manu na gut das ging schnell öffnen wir direkt die truhe wir hoffen wir kriegen was nices raus 20 kobolde nicht gut 3 riesen auch nicht gut geile sache versuchen wir die grundruhe voll zu kriegen für den rest jetzt ja sorry ah diese valkyre das ist so ein hard counter ich raste aus ich hoffe wir gewinnen jetzt was ok kann er machen die garze unwasted es leckt immer noch total boah boah was ist das ist das eklig oh mein gott damit kann ja gar nicht spielen ich habe gedacht das wäre vorbei aber war es nicht da kommt der bowler und die valkyre ja du hast alles dabei ne ich merke schon hier ist anders liegt ja ununterbrochen die man im baulat ja und das musketeer auch gut na der gift der gift der gift der gift na die valkyre oh die valkyre oh die valkyre ok man wir können hier gar nichts machen aber er auch nicht nice oh das war dumm alter ich kann nicht spielen so oh wir sind durch oh wir sind durch feuerball 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 wir brauchen punkte naja so gefällt mir das auf jeden fall dann haben wir das gewonnen geht doch alter ich habe jetzt zwar keinen trunzel und offen also daran liegt es nicht das meine ich auch nicht aber ich frage mich wann ich mal eine legendary chest kriege das ist halt ich fordere sie nicht ein aber ich weiß dass alle sie so früh bekommen haben und ich glaube trimax hat schon seine zweite bekommen oder so oder war das nie das war auch seine erste ja keine ahnung deswegen ich hoffe wenn wir das hier voll haben vielleicht haben wir dann ja ultra glück das wäre doch mal was naja ich gucke woran das hier mit den legs liegt und dann sehe ich euch gleich wieder ne tschau bis gleich okay ich bin wieder da wirklich rausgefunden habe ich nicht woran es lag aber vielleicht hat es trotzdem funktioniert so ähm komm jetzt nochmal zwei kronen oder so lol das war eine schwache kanone beziehungsweise der zap war nicht gut oh jetzt leckt es jetzt jetzt kommt es wirklich zum lecken ach nö ach man das ist doch unfair was war das denn man ja toll scheiße na komm vielleicht hat er seine kanone nicht mehr er hat den eismagier cool ach ja wie gesagt ich weiß nicht ob ich das schon mal erzählt hatte aber auf jeden fall war äh lol guter predict war dieses mal im shop auch wieder keine legendary deswegen konnte ich die auch nicht kaufen aber wie gesagt ich glaube ich werde sie so oder so erst nach dem legendary chest opening machen weil das habe ich ja schon mal erzählt und ja bis dahin müsst ihr euch leider gedulden das war ein sehr komischer schweine reiter also ich meine hä der macht halt kein hit geil wow feuerball fireball nee warte fireball dead 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 wuhu oh man so könnte ich die folge eigentlich direkt nennen nein warum habe ich so viel unglück egal der tower wäre eh irgendwann gefallen super jetzt müssen wir aber zusehen dass wir einen tower kriegen ne nice er setzt seine kanone schon mal nicht doch setzt er aber die ja sieht man ja ne nice 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 alles nice alles nice und da ist schon wieder der nächste schweinereiter und ich glaube nicht dass er eine kanone hat hä sag mir was das war sagst du es mir oder lässt du es ich setze die pfeile ich weiß nicht setze irgendwie darauf dass was weiß ich worauf ich setze okay das mit den zwei kronen könnte sie sogar bewahrheiten okay sepp na los komm durch komm durch nein das wird gar nicht das wird nix das wird nix das wird nix okay nein das schaffe ich niemals hauptsache hauptsache es gerade dass er das nicht schafft alter 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 am besten kommt er ja perfekt okay na wow komm jetzt aber kein elixier ach manu ach man wäre der magier nicht da gewesen hätten wir es vielleicht sogar geschafft das ist schade na komm noch ganz schnell ein spiel drei minuten sind das dann noch genau dann haben wir es vielleicht dann öffne ich die halt nächstes mal oder so aber hauptsache wir haben es schon mal okay perfekt perfekt okay er verschwendet sein gift zauber lol der mini pecker der haut schon wieder raus du das glaubst du nicht man 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 das ist schon so einer ne nö okay was okay ich pushe auf die andere seite ja er hat nochmal was gesetzt der sepp ist bereit wow das war unnötig und damit verlieren wir jetzt auch den turm äh ja ja wir verlieren die nicht wirklich aber guckt euch das an das ist ja im prinzip verloren oh man ich bin mir ziemlich sicher dass jetzt wieder ein mini pecker kommt weswegen ich überhaupt nicht weiß warum ich das mache nein hä ja ich hätte ein feuer besetzen sollen oh lol gut ja hast du gedacht oh man wir haben wir okay eine minute haben wir ja perfekt genau eine minute ist ja logisch oh ein funky ja komm bitte jetzt aber nö warum auch okay jetzt bin ich gefickt alter oh manu komm schon von mir aus von mir aus von mir aus nimm dir das aber gib mir eine krone komm schon das ist doch wohl ein witz egal wenn euch das video gefallen hat geht jetzt zwei daumen nach unten ja drückt zweimal den nächsten like button einmal den like button abonniert wenn es euch gefallen hat bis zum nächsten mal ciao ciao